Ja, es ist in der Tat so, dass viele angehende Juristen oder auch angehende Arbeitnehmer ja heutzutage eine Aufgabe suchen und einen Beruf suchen, in dem sie uns ja immer sagen, sie möchten eigentlich umfassen, sie möchten gerne von Anfang an in einem größeren Zusammenhang beraten und nicht nur ein kleines Rädchen irgendwo in einem Gebilde sein, sondern sie möchten eben schon immer dafür sorgen und sehen, dass sie das Ganzheitliche im Blick behalten und auch dann ganzheitlich beraten. Und ich glaube, Restrukturierung ist, ja, man kann es so sagen, schlicht und ergreifend eine absolute Querschnittsaufgabe. Man kann eben nicht immer nur anhand von Insolvenz- und sanierungsrechtlichen Fragen beraten, sondern man braucht Spezialisten aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Das ist Corporate, das ist Real Estate, das ist Contracts, das ist IPT, häufiger Steuerrecht. Und gerade mit diesen Bereichen muss man teammäßig vernetzt sein, man muss aber auch dann über den eigenen Tellerrand schauen. Man muss Immobilienrechtlern oder auch Corporate-Leuten eben die insolvenzrechtlichen Implikationen erklären und das muss man auch seinen Mandanten transportieren, denn ohne die entsprechende Spezialexpertise im Immobilienbereich oder im Corporate-Bereich ist man gar nicht in der Lage, vernünftig und ganzheitlich zu beraten. Und weil das eben genauso ein ganzheitlicher Aspekt ist, der extrem inklusiv, unglaublich divers, auch sehr international ist, ist das ein unglaublich spannender Bereich für junge und angehende Juristen. Aber nicht nur die, auch in anderen Wissenschaften, also das ist bei den Wirtschaftswissenschaftlern, Betriebswirten oder auch Steuerberatern, ist das ebenfalls ein sehr attraktiver Bereich einzusteigen, da er eben vielfältig ist und nie langweilig. Langweilig schon deswegen nicht, weil man eben aufgrund der unterschiedlichen Teamstrukturen mit unterschiedlichen Leuten zu tun hat, aber auch, weil man mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen und Blickwinkeln zu tun hat. Und deswegen glaube ich, ist das für junge Studierende einer der Bereiche, der mit Sicherheit sehr, sehr zukunftsversprechend sein kann. Warum Restrukturierung? Weil Restrukturierung Hilfe bedeutet. Und damit meine ich nicht irgendwie karitative Hilfe, sondern damit meine ich tatsächlich, dass man in Not geratenen Unternehmen aus unterschiedlichsten Perspektiven holistisch beraten und holistisch Hilfestellung leisten kann. Restrukturierung aber auch, weil es die Chance ist, für Betriebswirte juristisch exponiert zu arbeiten und die Chance für Juristen ist, betriebswirtschaftlich exponiert zu arbeiten. Denn wenn Sie das dahinterstehende Unternehmen, den Markt, den Grund für die Krise nicht verstehen, wenn Sie dem Unternehmen nicht helfen können, aus der Krise herauszukommen, Sie haben die Chance tatsächlich alles anzufassen. Sie haben die Chance tatsächlich jeden Stein rumzudrehen und so, da komme ich zurück zu dem, wie ich sagte, einem Unternehmen zu helfen oder einem Markt zu helfen. Denn nicht karitative Hilfe ist gefragt, sondern es ist wirtschaftlich orientierte Hilfe gefragt und die Idee, ein Unternehmen, was nicht mehr zu retten ist, sollte vom Markt verschwinden. Denn ansonsten haben wir die Zombie-Unternehmen, die momentan so oft angesprochen wurden. Und dann ist es an Restrukturierungsberatern, seien das wirtschaftliche oder seien das rechtliche, die sehr eng verzahnt miteinander arbeiten, dieses Unternehmen dann geordnet und im Interesse der Gesellschafter oder der Banken abzuwickeln. Genauso ist es aber im Interesse der Gesellschafter, ein Unternehmen gegebenenfalls zu erhalten, was, Klammer auf, unverschuldet, Klammer zu, in eine Krise geraten ist und aus dieser Krise ohne professionelle Hilfe nicht rauskommt. Ich selbst bin Partner im Real Estate mit Fokus auf Real Estate Restructuring. Und wenn wir junge Bewerberinnen und Bewerber interviewen, ist es ganz wichtig für die zu verstehen, dass sie Teil eines Gesamten sind und dass sie nicht nur das Memo oder die Fußnote auf Seite 279 formulieren, sondern dass sie tatsächlich mithelfen, ein Unternehmen oder einen Mietvertrag, ein Shoppingcenter zu restrukturieren. Und das ist ähnlich wie, wenn Sie in ein Shoppingcenter hineingehen. Sie sehen die Krise, Sie spüren die Krise, Sie sehen, ob Shops leer sind oder nicht. Und dann wissen Sie, dahinter steht ein Eigentümer, dahinter steht gegebenenfalls eine Pensionskasse. Denen können Sie helfen, Sie können aber auch den Mietern helfen. Und dann bin ich wieder zurück bei dem, was ich eingangs sagte, es ist keine karitative Hilfe. Es ist eine hoch anspruchsvolle, komplexe Art und Weise, Unternehmen oder dem Markt zu helfen und damit Teil eines Marktes zu sein, der nicht spannender sein könnte.